Und... Schwung! Und er dreht schon, er dreht schon wieder durch. Und es geht schon wieder los. Und ich krieg schon wieder Durst. Und er steht hier, es sind zwei, drei Autos vor uns. Wir stehen so wie fünf. Weil keiner einfach bis vorne ran fährt. Da könnte ich mir selbst die Vorhaut langziehen, Junge. Gefährlich, gefährlich. Vorhaut langziehen? Kann sein. Darüber haben wir kurzziehen. Warte, die Vorhaut ist die Haut, die zurückhaut, wenn die Haut zurückhaut? Irgendwie war das doch gewesen, ja. Jetzt haben wir doch die Skale zerlampfen. Oh, scheiße. Ja, ja, exakt. Aber was war vorhin? Eigentlich zwei Räder dürfen wir die Busschule benutzen oder was? Ja, wir können ja auch untereinander fahren. Halten wir uns fest. Wir bauen einfach einen Bus. Bau mir den Bus. Bus bauen, Freddy. Komm Freddy, Bus bauen. Hallo. Ne, ich kann ja auch gleich machen. So. Ist das eine Halle-Ditzen? Halle-Di-Witzen? Halle-Ditzen? Ist das eine Rolle? Nee. Auf hat er. Jetzt soll er rückenpanzern. Hm. Aber dafür an den Schultern gehen, oder? Oder ernst klebenlos? Kann sein, wiss ich nicht. Geht das nur so ein Umschnei, rückenpanzern? Nee, guck mal an den Schultern hat er hoch und in der arme Kniehabe. Ja, du wieder, Junge. Er muss jetzt hinterher. Der ist schon völlig irritiert hier mit dir, Junge. Ja, guck mal. Ich fahr ja nicht so oft. Ja, jetzt ist links die Busspur. Christian Steifen war jetzt hier bei der Ampel. Christian Steifen? Sanieren die jetzt diese Pisse hier bloß, oder machen die das neu? Keiner, weiß ich nicht. Hier haben sie knattern ihr letztes Mal fast überfahren. Als sie auf der Spur hier war. Okay. Hast du ein Video gesehen? Nee. Döner essen? Äh, Hamburger Essen? Worum? In der Kett wo ist? In der Kett wo ist? In der Kett wo ist? Steh raus! Was heißt denn hier nischt? Ist ja quitsch. In der Ampel fahren sie ja. Alle Ampeln in Berlin. Und nur kurz. Hallo, 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 hallo. 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 Los Mann. Hallo, wie ihr leert. Und das schneidest du mein lieber Freund. Das schneidest du. Das schneidest du. Komm. Nein. Noi. Du, dass wir auch kein Video machen können wo du nicht zum Arzt kämmest. Ja, wir haben Zugriff. Zugriff! Meine Fresse, ist das warm ey, leg mich an der Beulnung. Ich hab schon Blasen hier unter dem Jäckchen. Lass mich auch noch ein Blasen unter dem Jäckchen. Unter der Vorhaut. Oh ja, die Stiefhaut, die reinhaut. Wenn der Düns vorhaut. Der Düns. Der Düns. Der Düns. Der Schnacks. Wo hab ich den auf dem Schnacks? Klick Klack. Komm, komm, komm. Ist da eine Freude? Da steht da dran? Ne. Ne zur WM. Ne zur WM. 54, 74, 72, 70. Bestimmen wir alle ein. Mit dem Schwänz in der Hand und der Leidenschaft am Füß. Peng, peng. Peng, peng. Der Schafe schießt. Es ist aber auch immer voll hier. Guck mal, links. Da fehlt nur ein Buchstaben vorne. Lilli! Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Ja. Das wird auch nicht fertig gemacht. Wenn alles immer angefangen zu ihm macht. Ich meine, ich arbeite ja okay. Einer da hinten am Bagger. Ich meine, wenn ich so eine Baustelle habe. Ne, das ist Bodo. Mit dem Bagger. Mit dem Bagger öht auch morgen heute noch. Hier so um dich. Die nur eine Eite sieht, die so aussieht auf der Baustelle. Und dann hast du so eine 40-jährige Jochen, Junge. Oder 50-jährige, die sie ihre Bierbahn bekratzen, eine Sardine essen und furzen im Bauwagen, Junge. Und du denkst hier sowas. Geil! Oder sowas hier links. Wenn ich du wäre. Dann würde ich da erstmal richtig rufklatschen, Junge. Das ist ein bisschen besser, Junge. Langsam wird man aber rufwammeln. Ich kenne jetzt ja auch nicht. Die Sicherheitskleidung ist auch anstrengend, jeden Tag zu tragen. Das ist richtig anstrengend, ja. Nach einem sicheren Schleppi an. Oha. Safety Schleppi. Links. Ja, leider ja. Links, links. Oh, ich stehe. Scheiße. Oh, ich roll hier runter. Mal Sauerstoff in die Hütte lassen. Wie sieht's denn aus? Wohnungsfrei. Nehmig. Eineinhalbtausend kalt. Ein Zimmer. Guck mal hier. Wenn du jetzt gleich knieschleifst an einem Ostkreuz. Und Ellbogen kannst du auch schleifen. Ich mach gleich Knieschleife auf jeden Fall. Kannst du so runter hin? Dann muss ich hier so festhalten. Und dann kannst du auch Kopf schleifen. Ja. Aber nur linksseitig. Da weckt noch ein bisschen Puffer. Da weckt noch ein bisschen Puffer. Ja, die findet es schon. 15 Tonnen. Hörst du wieder an? Ich hab gegossen. Hallo. Du willst doch bloß mehr Fans kriegen, weil mein hübsches Gesicht ist. So, einfach mal kurz. Guten Tag. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, leck mich schon. Ist das schön. Selbst von vorne kommt mit mir warme Luft durch den Krümmer. Hör auf, mich zu ärgern! Ich seh' keine Funkenhäuser los. Roll die Knie um. Oh, ist aber auch gleich wieder voll hier. Oh, au, au, au. Oh, ha, 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 ha. Das ist aber nicht schön. Was denn? Na, wenn da so ein Heizer kommt wie Eke. Tufel. Der Heizer! Und dann kommst du auf ne Kurve und dann... Nur weil du in den Ofen zu Hause hast, musst du jetzt kein Heizer. Ja, der ist ja von Fatty, Junge. Warte auf mich! Den Seat hat's aber vorne richtig schön zerruppt, Junge. Wat? Den Seat links jetzt. Ach da? Oh. Ja, das war, weil er dicke Lippe hatte er jetzt noch. Hat er wieder dicke Lippe rissen hier, Junge. Habe ich ihm eingegeben. Habe ich ihm so einen Kinnhaken ergeben, weil er gleich einen abgerissen. Habe ich ihm gesagt, mein Opa ist Bud Spencer. Bad. Bad. Arsch, Spencer. Bad Arsch. Von Arsch. Da vorne ist ein blauer Helm. Ist das ein Freud oder Feind? Seht ihr für den Wusel hier. Links, rechts. Links, rechts. Können sich nicht entscheiden. So geht das. So ein Dreiradroller. Der ist schon doppelt scheiße. Der hat drei Räder und ein Roller. Dass er sich nicht dreimal schämt. Der hat ja nur so einen Auffeld hier im blauen Helm auf. Aber dieser Jamal... Sieg wie das Ding da heißt. Der ist ja Motorrad eigentlich. Der ist eigentlich ganz geil. Der soll ja geil sein, wa? Fahr doch mal! Ja, steht ein Blitzer. Ja, du kannst ja trotzdem fahren. Mach Visier auf, los. Mit Mittelfinger? Mit Mittelfinger. Er funktioniert ja gar nicht. 33 geht noch. Sollen stehen sich hier vorne an der Ampe und lasern. Der Spinner's Felder Brücke ist ja schon wieder weggehabt, wa? Spinner Brücke? Spinner Brücke? Spinner's Felder Brücke? Mhm. Der ist weg, ja. Dein Bein wird zu heiß. Verstehe gar nicht. Soll ich dir mal was sagen? Was der für ein Dings an hat für den Pullover? Kundebu. BMW M-Power. Ach so? Ich hau dem eine rein. Also, ne. Ein MTR, blauer, blau-chrom MTR-Helm. Drei-Renien-Roller. Jünger. Und ein BMW M-Pullover. Ja. M-Performance. Wie ist das Bescheid? Den hole ich mir! Den hole ich mir. Kann er mal eine BMW sehen mit Power. Kollие. Aber unter M? O-Der M, ja. Ich bin des M. M理 M-arden! Oh. da waren Lutscher auf der der Seite ein Lolli Nein, Lolli. Komm mal, gegenüber ist ein Freund. Na, das wäre ja. Eine Ena. Nee, Ena ist genauso schwul wie der hinter mir. Die könnte schon eigentlich endlich die Kuppe lutschen. Doch, so ein Dreirehter-Oller. Den hier füllen. Wo schläfst du denn überhaupt? Na, ich sehe dich. Ich bin hinter dir. Finde ich gut. Ja. Ach, da bist du ja ein Feind. Ja, ein Feind und ein Bruder. Ja. 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 Vielen Dank.